Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich bin's, der Tenshi. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was will denn der von mir? Ganz einfach, heute gibt es wieder einen Livestream auf Twitch, 18 Uhr. Und diesmal, liebe Freunde, spiele ich das legendäre Spiel von vielen gehasst, von vielen geliebt. Und zwar, lol, ja, ich versuch's mal zu spielen. Ich hab ja da noch einen alten Account und ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich hab bestimmt zwei Seasons oder so verpasst. Ich hab keine Ahnung. Dann gibt's halt irgendwelche Items, die ich nicht kenne und neue Spiel, neue Meta und so einen Scheiß. Kenn ich alles nicht, aber ich möchte es gerne spielen. Mal schauen, ob ein paar Real-Life-Freunde dabei sind, mit denen ich damals immer gespielt hab. Und ansonsten vielleicht mal gucken, ob man Leute, also ob ihr mitspielen könnt, so gegen mich und so. Mal gucken, ob ich da eine Verzögerung reinmache, weil sonst gucken die ab und so. Keine Ahnung. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Und ansonsten weiß ich nicht. Also ich glaub, das Loiding wird schon so ganzen Abend dauern. Ich glaub, da muss ich jetzt nicht groß noch ein anderes Spiel machen. Nein, ich spiele kein Robocraft! Gut, dann hoffentlich kommt ihr alle Twitch und so, 18 Uhr Samstag. Und bis dann. Tschüssi! 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 Xing²tompiter! N nominations!